hallo meine lieben freunde in diesem video gebe ich einen tipp für die leute unter euch die eben länger als eine stunde zum einkaufen brauchen oder einfach mal hier einfach mal in die päckerei gehen möchten wenn ihr länger als eine stunde braucht oder einfach kaffee trinken möchtet einfach dann tut er einfach außerhalb hat eben von der kamera und dem schild hat eben parken vielleicht da drüben oder beim rewe parkplatz oder anderswo eben damit ihr trotzdem noch in alle gemütlichkeit noch schön noch einkaufen gehen könnt ja ich hoffe ich konnte euch mit diesem video helfen und ja